Und ich seh schon schon, und ihr seht hier den neuen Kommandanten der Polisakademie. Ich meine, schaut euch meinen Top-Team an und vergleicht euch hier die Lungen von Lazar. Denn Lazar sollt ihr rumlaufen wie ein Arten ist direkt bei ihr hinlaufen, setzen meine Leute als verträglich schlicht die Positionen. Und ich frage euch, bei so einem tollen Mann das Team, was kann da noch schief gehen? Achtung, steh dich, Sanne. Habt ihr ihnen gesagt, sie sollen nicht schmucken und nach dem Seitenstrom verlumpeln gucken? Habt ihr ihnen gesagt, sie sollen mit ihren falschen Zweifel nennen, die was man mit Brügel so richtig ist? Letzte! Hatte ihr ihnen auch gesagt? Das ist die Laufsfaktion, Laufsfaktion!